so fünf und siebzig prozent wertung ich bin damals der host und mache ein ding auf ist die hohe hosten soll ich ein paar einladen soll ich alle einladen von mir aus jacky jacky kann den namen nicht lesen der ist drin renntyp standard aber wir können auch gta renn machen also mit abballern mit den raketen meist noch toll dann toll denn auch ganz normales rennen nein ich habe immer so rotz waffen die muss man einsammeln auf der straße mit den raketen so burnout mäßig oder was ja ja genau wir haben ja auch schon eins gemacht zum motorrad rennen war das ja das war aber mal gta dings gta 4 noch oder nein wir haben doch hier in gta 5 und gta online haben wir das machen wir mal anzahl runden drei motorräder aber wir machen an nutzerfahrzeuge machen wir aber nicht fahrräder ja klar klar fahrräder mit kanonen oder was mit raketen limousinen also wie es muscle cars kommen wir machen mal den sportwagen am liebsten oder es gibt auch noch super sportwagen ja super und was gibt es noch was gibt alles motorräder was noch viele geländewagen nutzfahrt nutzfahrzeuge ja fahrräder kopf also den leden war alles doppelt war ich merke das immer zu spät bei dir deine verarschungsversuche ja aus eigene fahrzeuge aus wünscherten team radio ok alle aus aktueller sitzungen mal schauen wer da bock hat in der zeit bin ich mir ein schlückchen cola wo ich auch kommen moment doppelgönung ja ich freue noch 23 mentors essen mentors drogen mentors ich glaube die wollen alle nicht mitmachen ja macht er nicht gott sei dank doch kielbein möchte mitmachen gott oh nee das ist gta rennen weiß wer sich gleich aufregt wenn kielbein wenn er dich platt macht dann regt sie dich bestimmt warum machst du warum tust du mir sowas an weil spaß macht lustig toll kann und dann machen wir die staat jetzt vier jahre nur leute von meiner freundesliste also freunde kann man die ja nicht nennen was kielbein geht raus was warum kielbein geht raus recht ja warum hier weiß was ich freut oh ja das nimmst du ich gucke ich gucke ich habe ja wir hatten ja schon mal ganz am anfang mit super sportwagen rennen gefahren da habe ich hier den gaben fälzer glaube ich aber ich schon mal in anderen waren damit man ein bisschen komet ist auch da ich hole mal ein cabrio 9 ok mit einer super schönen farbe bestätigen ich habe auch schon ja vollfall naja was das sind ach so ach doch stimmt man kann ja noch waffen kaufen super grünste für alle kommen schatz auf gleiche panzer kaufen ok war zu spielen mit dem bandana die gleiche farbe grünste wie kann man eigentlich noch mal um geschießen wenn man was einsammelt ich kann gar nicht warum kann ich nicht schießen ach so da L okay L irgendwie freigegeben und dann verliere ich wieder weil mir irgendein wichser permanent hinten reinfährt welcher wichser war das ich ich kenne nicht warum frage ich eigentlich ah das war boost jetzt oh fuck ich habe jetzt waffe ach so toll ich habe nur pistole jetzt hier ich habe mich fast selbst in die luft gejagt oh du idiot äh tja linker button oder was ja genau reindrücken shit aber da muss man erstmal mit zurecht kommen wow oh alter wow daniel ja bitte warte nur scheiße so was ist das denn ist das gas geben oder was verschleunigung what the oh fuck tschüss oh er scheiße ich bin falsch gefahren du bist auch glaube ich falsch gefahren ich fahr dir hinterher toll du idiot ja was kann ich machen was kann ich machen richtig bein alter wie kann man nochmal zurückschießen wow ach so ja klar ich fahr dir noch hinterher oh leck wo ist er ich bin erster jawohl das überholst du mich auch in so einer knackigen phase hier kann man dings wechseln aber das ist wie drunter drei runden sind das ne das kann ein bisschen dauern nein oh nice falsch gefahren geht ganz schön lange aber gut dass wir also auch falsch gefahren ach schon wieder gut dass wir schön zusammen sind weil sonst wäre es ja langweilig aber oh scheiße ich habe auch das denn reingedrückt boah leck hier mit sportwagen fahren du hast sportwagen ausgewählt ja ich wusste aber nicht was das für eine strecke ist von der spiel nicht ich kenne das spiel ja nicht auswendig was soll ich machen auto reparieren auto reparieren ja komplett das auch cool ja raketen einsammeln aber bei so gta ränder fährt man noch beschissener weil man muss ja man achte ja auch dann auch vorher wir vollschießwunder zu fallen ja ja ich muss auch die ganze zeit auf bremse drücken oder vom gas runter weil gefährliche stelle gewesen und denkt keins auszulassen du lässt ja gerne mal den checkpoint auskürzelt das ist einmal passiert ja du bist übrigens genau durch ziel gefahren du hast dich ja da beschwert du hast irgendwo anders ein checkpoint verpasst ich bin dann als ich dann zurückgefahren bin hat das akzeptiert ach so dass du bist aber genau durchgefahren hat man in der aufnahme gesehen das war komisch egal ich habe war davor die also brauchen wir jetzt nicht mehr drüber zu diskutieren ja die die abonnenten sind auf meiner seite aufpicken da war ich zu sagen ich mir egal wer auf meiner seite ist hauptsache gta-games auf meiner seite und wie idiot ja der gegenverkehr ist miene ich habe den typ erledigt mit raketen gerade erledigt ja der ist braun dann irgendwo halt wieder weil ich habe da mal ein video gesehen von der sommer gta rein okay erste runde vor vier minuten das ist ja ich finde das neu ja ich dachte du wärst das zuerst dann dann hätte ich reaktion gibt ja genau deshalb habe ich mich gewundert oder ich hätte so fünf bis sechs minuten mal gar nichts gesagt ja sowas mach ich gern mal warum fährt denn da auf einmal ein auto raus ich bin doch eh schon letzter unverdient warum unverdient weil immer unverdient wenn ich letzter bin ja weil ich ein sympathieträger bin ich habe nicht verdient irgendetwas zu verlieren das sagst du und auch wenn ich gewinne kann ich kein autofahren ja natürlich nicht wenn ich immer gewinne trotzdem bin ich schlecht immer dafür ja nur wenn du andere Leute abschießt und so ich habe nur einmal eine Rakete abgefeuert unskillender Typ wow wer chillt denn hier hat sich gerade jemand selber in die Luft gesprengt ne das hätte da gestanden ich habe mich fast eben selber hier hat sich jetzt gerade voll gescheffert und gerumst und äh äh der Typ war alleine also der ist er ist knapp vor mir ey du bist ewig weit weg ja bin halt gut ne weißt du wer den Entertainment Factor überhaupt nicht schätzt ja was soll ich machen hier bei mir gibt es was zu sehen aber ich darf ja nicht aufnehmen du darfst doch aufnehmen ich konzentriere mich halt gerade auf fahren ich könnte ja auch zurückfahren und einfach nur die schnerven mach ich kurz vorm Ziel da warte ich kurz da ja ist klar und dann schieße ich eine Rakete und dann fahre ich rückwärts ins Ziel und drehe mich dabei nochmal dann haue ich dir ins Gesicht ja das wäre es mir wert gewesen oder das wäre es mir wert so das wäre es mir wert gewesen werden würden ne ist klar una ist klar ich habe es nicht so mit der mit der Zeit mit den Seiten ah sorry schau dir jetzt zu Killband schau zu man kann zuschauen du hast ja du hast ja viele Ticks aber einen Tick hast du nicht den wer den Gramat Tick ja ich habe ihn auch getötet gerade eben ja und Killband guckt zu wie kann man zugucken keine Ahnung ok das heißt ich bin zweiter 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 bist du zweiter zweiter kann man mal sein ja ich weiß nicht wie ich glaube man spawnt dann beim letzten Checkpoint wobei ich am Anfang eigentlich dachte der Typ wäre gut ja also jetzt nicht dass er jetzt mordschlecht ist oder so aber ja stimmt gut Level 38 ist der am Anfang hätte ich gedacht der wäre jetzt Mörder der Killer ja toll ich muss jetzt riskant fahren eigentlich aber fuck das kann man sich halt auch nicht so erlauben ne ja besonders bei der Strecke ich weiß jetzt gar nicht wie weit ihr weg seid ja schon schon ein Stück ja trotzdem obwohl ich mich zweimal so gedreht habe ich habe den ja auch eben noch gekillt gut in der ersten Runde war das oh jetzt schießt der auf mich ich hoffe er trifft ich hoffe du verreckst während du ein Stück Cola trinkst und dann an der Kohlensäure erstickst ich trinke nie wieder Cola dann kann das nämlich gar nicht passieren zum Glück hast du nicht irgendwas gesagt an Bier schwärmen aber das möchte ich schon noch gerne trinken eine Bierschaumvergiftung ja toll am Ende sagst du jedes Getränk dass ich dann nicht mehr trinken darf wegen Risiko und dann verdurstest du ja toll mies voll gut genau so mache ich das bin in der nächsten Runde es gibt aber sehr viel trinken ich hoffe du kriegst eine Wasserallergie oh alter was ein Spast der nimmt mich hier ganz schön unter Beschuss muss ich echt sagen gerade ja das wäre jetzt schön wenn ich das wäre ja komm halt das Maul wenn ihr damit das die Leute auch sehen können ja klar hier ihr seid doch nicht in der nächsten Runde ne man seid ihr mies doch jetzt ich bin da nächste Runde Och und dann kommt mir schon wieder so ein Auto entgegen ich hab extra so ein Booster eingesammelt eingenutzt 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 ja nice ja komm mach mich auf meine Fehler aufmerksam machst du auch immer bei mir da hier mit der Zeitdramatik das ist ein Tick den du nicht hast Digga da kann ich ja nichts für doch kann nicht so schwer sein hätte gar keiner gemerkt dass ich mich da verheddert habe ein ein kann nicht so schwer sein ja möchtest du die Geschichte erzählen ja da war eine Tussi die haben wir auf WhatsApp die ganze Nacht angeschrieben weil wir rotzevoll waren und haben sie gebeten uns Tittenfotos zu schicken da hat sie gemeint nein es gibt kein Tittenfoto dann habe ich sie gefragt ob sie uns ein Foto von einer Titte schickt ich meine kann ja nicht so schwer sein dann habe ich sie habe ich gefragt ob ich ihr zuerst ein Nacktfoto von mir schicken soll dann hat sie gesagt bitte nicht denn sonst geht mein Handy kaputt und sie muss kotzen ja ich verstehe nicht warum ich verstehe das auch nicht das Handy wird dann zu heiß wenn der Guna mir ein Tittenfoto schicken würde würde ich ja ich habe schöne Nippe es war auch kotzen aber ich würde mein Handy nicht kaputt machen ja ich würde kotzen vor Geilheit weil dann das ganze Blut in meinen Schwanz schieft und ich habe nichts mehr für mein Gehirn übrig so ähnlich ich bin gerade auf zwei Reifen gefallen ja das Niveau ist hier wieder sehr toll ja aber im Prinzip hast du ja nur Privates erzählt und merkt man dass du perverser bist so sind wir privat nun mal kann ich allerdings hören kann ich so schwer sein alles normal alles normal das ist echt entspannt obwohl ich auch manchmal hier rumstöhne weil ich fast runterfahre ja das wäre echt das wäre jetzt echt mal lustig fährst mal runter und zeigst mal was passiert wenn man sich zurücksetzen lassen muss ja du bist weg ich krieg dich nicht mehr aber ich bin auch weg von ihm also ok ich hab da mega den Abstand auch ja glaube ich aber egal die erste Runde war immerhin ja die war Spannung pur ui ich glaube ich weiß woran das liegt schießt man nicht okay an der an der pinken Farbe ich war Actionaufbau und ich schieß man über Köthe da ist jetzt jemand eingegangen im Spiel what jetzt habe ich grad schaut jetzt zu wie kann man zuschauen whatfuck ich muss da eigentlich gleich im Ziel sein oh je Idioten ich mache sie ein bisschen spannend du weißt du noch was du machen wolltest ne mit vorm Ziel kurz chillen und so ja klar natürlich ich nehme sie beim Board ne ich habe keine Raketen ich habe die geradeaus jetzt eben weggeschossen und da fahre ich jetzt extra dran vorbei so ich habe keine Raketen ich habe aber einen Boost yeah ok ich bin im Ziel toll easy ich bin erster ist du aus jetzt oder was ich weiß nicht normalerweise können wir das Ende fahren wenn du jetzt noch fährst bei mir hat es schon gestanden du bist erster ja gut weil das kann man ja nicht mehr ändern ne ja oh Rang erhöht ich bin Rang 10 das gefällt mir Rangeln 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 ja toll jetzt musst du hier die ganze Zeit warten ja ich bin gleich da ich bin gleich bei ihnen gewinner ja übertreibs nicht wow in der Zeit kann ich ein bisschen whatsappen ich bin der whatsapper ja 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 das war knapp du bist im Ziel ja ja ich bin da ja das war sehr spannend ja das war das ist halt das Problem wenn du dann einmal den Faden verloren hast kommst du da schwer wieder ran ja gut Zeit hatte der ich hatte beide gleich Auto übrigens ist schnellste gewesen von der Dings her nie beendet achso der ist rausgegangen oder so oder ne weil er ja als letzter ist ja ok gefällt mir ja das kann man machen bleiben wir direkt im Menü hier und ja wir gucken mal was da noch zu machen gibt also was wir jetzt für ein Rennen oder Deathmatch dann können wenn es mal vorangeht hier boah fast ne Minute ey ne Minute wie ne Minute achso Unterschied ja ja gut wir können ja jetzt gleich was wählen das ist ja wir müssen ja kein Rennen machen ne also ich weiß nicht was da jetzt können wir können wir machen ja kaum das ok hallo ja jetzt geht es doch gleich weiter stand doch da schon ja ja hat eben schon gestanden oder dumm di dumm di dumm hm oh level 77 oh nein der Killbane der hat ja echt verkackt ja der hat ja echt jetzt verkackt es geht bei mir nicht weiter bei mir grad irgendwie auch nicht die Frage ist warum weil 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 ähm Kartoffelsalat 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 wo achso Spielprofil oh jetzt hat man schon egal ey das geht nicht mal weiter tja äh Guna ja toll tja Killbane schuld tja Guna oder oder der Ander muss noch zu Ende fahren achso ne der vielleicht fährt er ja noch ne der hat ja geliked schon gefällt mir gedrückt ah stimmt ja toll und jetzt hallo ich kann die Spiele auswählen also die sind dann farbig unterlegt ja das stimmt aber sonst kann ich nichts machen keine Bestenliste online Bestenliste ja genau da bin ich mal gespannt wenn das schnell geht ah ja kommst du dir das jetzt an oder was ja Rennzeit 8.21 ich bin neun ja 908 beste Zeit auf der Welt alter das ist schon wie kann man so schnell sein also